Im Straßenverkehr. Kennst du dich aus? In diesem Video machen wir ein Quiz, in dem ich testen möchte, wie gut du dich im deutschen Straßenverkehr auskennst. Was bedeuten diese Verkehrszeichen? Hier kommt das Erste. Bedeutet das a. Hier musst du rechts abbiegen oder b. Hier musst du rechts anhalten oder c. Nur Rechtshänder dürfen hier fahren. Was denkst du? Was bedeutet das Schild? Ja, das Schild bedeutet, dass du dort rechts abbiegen musst. Ah, hier musst du rechts abbiegen. Was bedeutet dieses Schild? A. Hier kann man Spiegeleier kaufen. B. Achtung, hier gibt es eine Gefahr. Oder c. Du fährst auf einer Vorfahrtsstraße. Das Schild bedeutet, dass man auf einer Vorfahrtsstraße fährt. C. Das heißt, wenn du auf einer Straße bist und an der Seite dieses Schild siehst, dann hast du immer die Vorfahrt, okay? Was bedeutet dieses Schild? A. Man darf hier schneller als 60 fahren. Senioren dürfen hier nicht fahren. B. Oder c. Hier darf man nicht schneller als 60 fahren. Ja, die richtige Antwort ist A. Man darf hier schneller als 60 fahren. Es gibt diese Schilder, die eine Geschwindigkeit begrenzen. Und wenn danach, etwas danach, dieses Schild folgt, dann bedeutet es, dass diese Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben ist und man wieder schneller fahren kann. Ja? Was bedeutet das hier? A. Hier kommt eine unübersichtliche Kreuzung. B. Man darf hier nicht am Straßenrand anhalten. Oder c. Hier ist die Durchfahrt verboten. Was denkst du? Das ist B. Man darf hier nicht am Straßenrand anhalten. Das ist ein Halteverbot, ein Halteverbotsschild. Man darf hier nicht anhalten. Und wenn wir nur diesen einen diagonalen Strich haben, den sieht man auch sehr oft, dann bedeutet es, dass hier ein Parkverbot ist. Ja? Das ist ein Parkverbotsschild. Man darf dann kurz anhalten, um zum Beispiel jemanden ein- oder aussteigen zu lassen, darf aber nie länger als drei Minuten dort stehen. Ja? Also das ist das Parkverbot. Man darf halten. Und das ist das Halteverbot. Man darf weder parken noch anhalten. Was bedeutet das Schild? A. Achtung, hier kommt eine Baustelle. B. Autos dürfen hier in der Nacht nicht fahren. Es ist eine Tagesstraße. Oder c. Das ist eine Sackgasse. Da ist die richtige Antwort C. Das ist eine Sackgasse. Das heißt, man kommt dort nicht weiter. Was bedeutet das Schild? A. Hier muss man links überholen. B. Man darf hier nicht überholen. Oder c. Nur Autos mit einer unterschiedlichen Farbe dürfen hier nebeneinander fahren. Das ist B. B. Man darf hier nicht überholen. Was bedeutet das? A. Man darf nicht in diese Straße fahren. B. Warte und guck, ob die Straße frei ist. Oder c. Wer von rechts oder links kommt, hat Vorfahrt. Das ist A. Man darf nicht in diese Straße fahren. Und welches Schild ist das? B. Bedeutet das A. Das ist eine Einbahnstraße. Oder B. Der Gegenverkehr hat Vorrang. Oder c. Wer rechts fährt, darf zuerst fahren. Das bedeutet, dass der Gegenverkehr Vorrang hat. Dieses Schild findet man oft an sehr engen Straßen oder Straßen, wo man sich ausnahmsweise für ein kurzes Stück eine Spur mit dem Gegenverkehr teilen muss. Und der, auf dessen Seite der rote Pfeil ist, muss warten und den Gegenverkehr durchlassen. Das Schild gibt es auch andersrum. Wenn der Pfeil auf der anderen Seite ist, dann darfst du zuerst fahren und der Gegenverkehr muss warten. Und wie gut kennst du dich im deutschen Straßenverkehr aus? Kanntest du alle diese Schilder? If you liked this video, please subscribe to my channel and sign up for my comprehensive and clearly structured German video course on German2go.com. Danke.